Ich bin Pascal Zuberbühler, ehemaliger Fussball-Gaali. Nach über 20 Jahren Profikarriere kamen bei mir akute Knieprobleme. Jedoch, seit ich diese Schuh träge von Kibun Joia, geht es mir fantastisch. Ich laufe mittlerweile wieder schmerzfrei. Das Laufen auf der elastisch-fändernden Matte unterstützt mich enorm bei meinem täglichen Training. Erlebt auch Sie das einzigartige Gefühl von Kibun und Joia und lasst euch von unserem Superteam beraten.